Ich werde von euch sehr häufig gefragt, woher ich denn meine iPhone Wallpaper habe, die ich in meinen Videos verwende und daher möchte ich euch heute gerne drei Apps zeigen, wo ich so meine Wallpaper finde und dabei gehen wir vor allem auch auf Wallpaper ein, die eben diesen tiefen Effekt unter iOS 16 unterstützen, was auf jeden Fall sehr cool ist und welche das genau sind, erfahrt ihr in diesem Video. Solltest du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos rund um das iPhone, iOS, Tipps und Tricks und so weiter verpassen wollen, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch direkt nach dem Intro, welche Apps ich für meine iPhone Wallpaper verwende und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Starten wir auch direkt mit der ersten App und zwar mit Wallpaper Now, die ich jetzt einmal hier öffnen werde und die App ist relativ simpel aufgebaut. Wir sehen hier oben zuerst so einen Discover-Bereich, dort können wir uns weiter informieren, da gibt es Videos oder eben auch weitere ähnliche empfohlene Apps und weiter unten sehen wir dann hier eben diese ganzen Wallpaper, hier können wir im Grunde genommen einfach durchscrollen und sehen hier dann empfohlene Wallpaper, die einfach zufällig hier generiert werden und wir können natürlich hier auch ganz einfach zwischen verschiedenen Themen wechseln, das heißt wir können zum Beispiel auf Wallpaper gehen, die diesen tiefen Effekt, der von iOS 16 auf dem Lockscreen unterstützt wird, eben verwenden können und dazu können wir hier ganz einfach durchscrollen und sehen dann hier diese unterschiedlichen Wallpaper, die wir dann ganz einfach kostenlos auf unserem Gerät herunterladen können, also da seht ihr, gibt es hier eine ganze Menge, das ist zum Beispiel das, was ich aktuell verwende und dort haben wir eben die Möglichkeit, diese Wallpaper alle kostenlos auf unserem Gerät herunterzuladen, das heißt wir können hier einfach rauftippen und dann hier einmal auf den Download-Button unten und schon wird dieses Foto eben gesichert und ich kann es ganz einfach aus meiner Fotobibliothek auswählen und dann eben verwenden und ihr könnt hier natürlich noch nach vielen weiteren Kategorien filtern, also ihr könnt hier Staffel auswählen, was eben eine Option ist, außerdem haben wir dann hier Tiere, was natürlich ebenfalls sehr cool ist und die auch immer in Kombination mit diesem tiefen Effekt, also je nach Bild seht ihr, funktioniert das auch mit dem tiefen Effekt natürlich unter iOS 16, außerdem haben wir hier dann noch viele weitere wie Space, Cinematic, AI, Kalender, Unterwasser, Winter, Feuer, also ihr seht hier ist wirklich eine ganze Menge an Kategorien mit dabei, also wenn wir hier zum Beispiel noch einmal in Space gehen, was ich immer sehr gerne verwende, dann sehen wir hier auch sehr spannende Wallpaper, die auf jeden Fall super cool aussehen, natürlich jetzt in diesem Fall nicht für den tiefen Effekt geeignet auf dem iOS 16 Lockscreen, aber trotzdem wirklich sehr schöne Wallpaper, die auch gut auf dem Homescreen funktionieren, weil sie eben nicht zu unruhig sind, also so eins hier kann man eben auch sehr gut auf dem iOS Homescreen verwenden. Machen wir weiter mit der nächsten App, nämlich mit Lockscreen Wallpapers Plus und die gefällt mir besonders gut, denn hier ist der Twitter Nutzer mit dabei, wo ich meine meisten Wallpaper her habe, die ihr auch in meinen Videos sieht, nämlich hier AR7 2014 und dort können wir einmal rauf gehen auf View All und hier seht ihr dann eben wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr schöne Wallpaper und wie gesagt, die verwende ich dann häufig auch in meinen Videos, hier werden natürlich immer weitere hinzugefügt, wird immer mal wieder aktualisiert, ich folge dem nämlich auch auf Twitter und habe dort häufig meine Wallpaper her oder eben hier aus dieser App und wie ihr seht, das funktioniert eben auch mit vielen weiteren Nutzern, die hier eben ihre Wallpaper zur Verfügung stellen, also da könnt ihr dann einfach mal schauen, hier sind wirklich sehr, sehr schöne Wallpaper mit dabei und die unterstützen zum Teil eben auch diesen Tiefeneffekt unter iOS 16, also je nach Wallpaper. Hier übrigens natürlich auch in unterschiedlichen Kategorien, also hier jetzt Hunde, dann hier haben wir natürlich Gebirge, die sehr gut für den Tiefeneffekt geeignet sind, Architektur, also hier könnt ihr euch ebenfalls mal so ein bisschen durchscrollen und diese Wallpaper natürlich dann auch kostenlos herunterladen. In dieser App gibt es keine Werbung, genauso wie in der ersten App auch, was natürlich wirklich sehr angenehm ist, das heißt hier könnt ihr euch einfach so ein bisschen ja durchsuchen und mit Sicherheit das eine oder andere schöne Wallpaper für euch finden. Als letztes verwende ich persönlich sehr gerne die App Unsplash und die gibt es auch als Website. Kennt der eine oder andere von euch mit Sicherheit Unsplash ist im Endeffekt eine Sammlung von ganz vielen Bildern, das sind nicht nur zwingend Wallpaper, sondern alles mögliche an Fotos, die man eben unter bestimmten Lizenzen wie zum Beispiel Creative Commons verwenden kann und hier eben entsprechend auch Wallpaper findet und die sind hier jetzt nicht extra für den iOS 16 Lockscreen mit dem Tiefeneffekt sortiert, aber ihr könnt hier auch ganz einfach auf Wallpaper gehen und da findet ihr hier ganz ganz viele Wallpaper, da kann man dann eben wirklich sehr schöne Fotos finden, die dann eben zum Teil auch für den Tiefeneffekt geeignet sind, aber ihr könnt jetzt nicht speziell danach filtern, aber hier sind wirklich sehr sehr schöne Fotos mit dabei, die man gut für einen Homescreen oder für einen Lockscreen verwenden kann, wie ihr seht hier zum Beispiel auch einige Logos von Tesla, von Google und so weiter und man kann hier zum Beispiel auch auf Texturen gehen, die sich auch wirklich sehr häufig gut für einen Lockscreen oder Homescreen eignen. Dann haben wir hier noch weitere Optionen, also ihr seht hier auch Architektur, was wie gesagt auch sehr gut mit dem Tiefeneffekt funktioniert, Natur natürlich auch immer sehr gut geeignet für einen Wallpaper, Business & Work, Fashion, Film, Food & Drink. Dann haben wir hier noch weitere Sachen wie Menschen, Straßenfotografie, Tiere natürlich immer sehr sehr gut geeignet. Also da findet ihr auf jeden Fall eine ganze Menge und dort könnt ihr dann auch einfach raufgehen und hier einmal auf Download gehen, erlauben und daraufhin wird dieses Foto dann heruntergeladen und ihr könnt es ganz einfach dann auf eurem iOS 16 Homescreen oder Lockscreen verwenden. Ich würde nun sagen, wir schauen uns noch einmal auf dem Lockscreen selber an, wie man denn hier diesen Tiefeneffekt hinzufügt, beziehungsweise wie man die Wallpaper dafür auswählt und ich habe hier jetzt in meinem Fall einfach ein Foto-Wallpaper ausgewählt und dieses passe ich jetzt einmal an, gehe hier auf den Lockscreen und dann seht ihr hier unten ganz einfach dieses kleine Symbol, wo wir eben auf unsere Fotos zugreifen können und hier können wir jetzt auf unsere Alben gehen und dann hier auch unsere zuletzt hinzugefügten und dort können wir jetzt ganz einfach unser neues Wallpaper auswählen und ihr seht, das Ganze funktioniert hier schon sehr selbstständig, das heißt die angepassten Wallpaper für den Tiefeneffekt, die sind hier wirklich ideal für geeignet, dass sie automatisch erkannt werden und je nachdem, was ihr für Wallpaper nehmt, die vielleicht jetzt nicht direkt angepasst sind, könnt ihr natürlich so ein bisschen hin und her scrollen, ihr könnt das ein bisschen von der Größe anpassen, wie ihr seht, dann erscheint sozusagen wieder die Zahl davor, also ihr könnt das so ein bisschen variieren, ihr könnt ein bisschen hineinzoomen, ihr könnt ein bisschen schieben, bis ihr dann eben diesen Tiefeneffekt erhaltet. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr diesen auch aktiviert habt, unten hier, also den könnt ihr natürlich deaktivieren und auch aktivieren, das ist natürlich in dem Fall wichtig, dass er aktiv ist und am Ende könnt ihr das dann hier ganz einfach auswählen und dann wird dieser Tiefeneffekt auch schon angewendet und wenn wir hier jetzt noch einmal reingehen, versuchen wir nochmal ein anderes Bild, wie jetzt hier zum Beispiel die Giraffe, die ich heruntergeladen hatte und da seht ihr, dass das Ganze hier sogar über mehrere Zahlen funktioniert, also hier bei der 12 und auch bei der 28, sieht meiner Meinung nach wirklich richtig cool aus und so habt ihr eben die Möglichkeit, wirklich sehr viele schöne Wallpaper über diese drei Apps zu finden, die ihr dann für euren Lockscreen und natürlich auch für euren Homescreen gut verwenden könnt. Und damit wären wir jetzt am Ende dieses kurzen Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte, iOS 16 Lockscreen Wallpaper zu finden, die auch diesen Tiefeneffekt unterstützen und wenn das der Fall ist, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr weitere coole Apps kennt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare und vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut! Bis dahin, macht es gut!